Da Freunde, jeder erzählt so seine Geschichte und der Udo Abe, den kennen ja viele von euch, der hat ein Video hochgeladen mit Animation, der Peter Petorius hatte sowieso und das Ding heißt, jeder erzählt so seine Geschichte. Und ich fand das Ding irgendwie spannend und da hat er mich angeschrieben und sagt, naja, man kann es ja auch in anderen Variationen bringen. Ja, das Thema ist sehr weitläufig und ja, dann habe ich quasi ein bisschen von Udo geklaut, mit seinen, ich glaube, der hat mich dagegen gehabt und hat da außen etwas andere Texte, aber doch mit demselben Sinn so ungefähr gemacht. Ja, jeder erzählt so seine Geschichte. Jeder erzählt so seine Geschichte, hat spät seine Story zur Hand. So sind wir programmiert, wohl ein ganzes Leben lang. Wir haben in unseren riesigen Köpfen nun einen ganzen Bücherschrank und dort ist es nicht weichert wie in einer Datenbank. Jeder erzählt so seine Story, jeder hat so seine Zeit. Wir stellen uns bei Diskussionen und halten für alles unsere Meinung bereit. Wir reden so gern in geschwollenen Sätzen und Sprechblasen steigen zur Luft. Es klingt manchmal fast so, als schreie ein Esel oder auch als wenn ein Kuckuck ruft. Ja, wir hängen in einem Tag vor der Glöpfe und schreiben den Verstand dabei aus. Und das, was wir speichern, das muss irgendwann ja mal raus. Ja, jeder hat so seine Meinung und kommt sich vor als sonst wie gescheit. Da gibt's kein Thema, wo wir nicht mit mich, weiß ja doch gut Bescheid. Ja, jeder hat so seine Meinung und kommt sich vor als sonst wie gescheit. Da gibt's kein Thema, wo wir nicht mit mich, ja jeder weiß so gut Bescheid. Ja, jeder hat so seine Meinung und kommt sich vor als sonst wie gescheit. Da gibt's kein Thema, wo wir nicht mit mich, ja jeder weiß so gut Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Euer Ernie.